hallo zusammen ich habe die liebe isa hier und die möchte euch jetzt ein bisschen was mitteilen oder mit uns teilen über ihre erfahrungen mit dem von mir oder in voll spektrum öl ja liebe isa vielleicht möchte einfach ein bisschen erzählen was du erlebt hast damit ja also ich nehme dieses öl seit der schwangerschaft im letzten jahr also ich weiß gar nicht mehr genau wann wir angefangen haben ich glaube im februar und was hat sich getan also ich kann jetzt sagen dass ich mich fitter gefühlt habe ganz erst mal das und dann hinsichtlich der geburt war es halt so dass ich eine bildschöne platzenta hatte die mir dann auch hinter gezeigt wurde und es ist jetzt das dritte kind ich habe die vorher nicht gesehen und ich riesengroß ja ja muss wohl besonders gewesen sein so dass mir das die schwester und die anderen mitarbeiter zeigen wollten ja und da dachte ich na ja vielleicht hängt das dann auch damit zusammen und weiterhin ist dann das ganze mit der heilung es war ein kaiserschnitt sehr schnell und gut verlaufen ich bin auch dann als habe meine rückbildung ganz regulär gemacht und habe dann auch recht schnell wieder mit dem laufen angefangen im vergleich zu den anderen beiden kindern habe ich jetzt einfach gemerkt dass ich viel belastungsfähiger war und nicht so viel müde und also leistungsfähiger insgesamt ja im vergleich nach der geburt der beiden anderen kinder da war ich irgendwie nur müde und ich habe auch jetzt bei diesem kind die nächte durchgemacht also es war nicht so dass ich viel schlaf bekommen habe ja super ja ja wir haben das öl für uns und für die kinder also wir haben das wir nehmen das alle die kinder merken davon jetzt so in dem sinne nicht da sind wir manchmal ein bisschen schudrig aber für uns erwachsene mein mann auch der sagt auch er merkt es auch dass er sich besser fühlt toll freut mich und du bist ja dann ziemlich schnell auch hast du mann gemacht irgendwie ja genau da war ich das war sieben monate nach der geburt habe ich in 15 kilometer lauf gemacht also massenlauf ja toll und das war auch kein problem ich habe das ich habe im vorfeld trainiert sodass ich zweimal die woche laufen wenn möglich und das ist die 15 kilometer auch schaffen kann also das war auch erstaunlich fand ich für für die kurze zeit so sieben monate nach geburt ja fand ich jetzt schon eine gute leistung das kriegt man dann ja auch als rückmeldung von anderen leuten wie warst du bist schon wieder so fit ja total ja und du merkst einen deutlichen unterschied wenn ich es richtig verstanden habe auch zu den beiden geburten davor wo das nicht so war genau also auch der heilungsprozess ich meine ich war da schon das heilfleisch sag ich mal so mal war das erstaunlich schnell und gut ja ja super toll ja danke dir für die rückmeldung das wird viele frauen sicherlich auch während der mütter sicherlich auch interessieren ich hatte ja auch in meinem video darüber gesprochen gibt ja auch viele studien zu dem thema wie wichtig dass die hirnentwicklung eku entwicklung ist vom kind sowohl im mutterbauch als auch danach und ja wir haben jetzt gemäßt wieder ein kongress zu dem thema und dann ist es sicherlich auch spannend für die frauen das zu hören als vorbild ja danke dir gerne nachmachen und wenn das interessiert unten ist ein link drunter dann könnt ihr euch da informieren können uns auch direkt anschreiben wenn es bekannte von isa sind können die sich auch direkt bei ihr melden also in diesem sinne schöne grüße von jörg fuhrmann aus dem freirauminstitut